okay guys let's go hier beginnt die 10 ranked game challenge auf einem meiner ranked accounts wir haben ja die letzten seasons eigentlich immer ganz gut gefahren ich weiß gar nicht was wir letzte season waren kann ich das noch irgendwo sehen 3800 platin 1 irgendwas ja dann würden wir sagen starten wir mit rank nummer 1 moin trench was ist das schon wieder für ein bug ich glaube hier muss man einmal raus und wieder rein damit es funktioniert ist bei euch auch alles verpackt bruder was ist das hey jungs ihr müsst einmal raus und wieder rein damit es funktioniert sonst werdet ihr direkt rausgekickt neues ubisoft feature hallo moin moin meister was ein hund ich könnte hier ordentlich gedingt werden wenn ich nicht aufpasst wo ein guy main ist die denn gepasst ist die durch die rotation durch ach so eine algengrütze man schön wunderschön rené mach das junge schreit mal auf maverick alter er holt seine doka raus und dann impact schicken also hier ist der beste spot eigentlich noch spielte buff i'm pretty sure digga digga wie kann man so gut sein einer blue bro was nimmt er was ich nicht nehme was was vispo digga er prefeiert mich einfach obwohl also einfach so verfahren aus dem gefühl heraus ach bieb 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 boah junge war das beschissen unlucky mann ich hab safe so zwei zentimeter oder so im kopf rumgeeiert mann och maaaainn mann niklas wuuu ok maybe piano nice junge es ist so set ist vor allem wie viel waffe die äh wie viel schaden die doka waffe macht ich hab das ist gar nicht so auf dem schirm aber du musst halt legit nur den arm treffen und der ist direkt half life weil die waffe einfach so einen bums hat es ist krank ist wirklich krank aber doka habe ich auch sehr wenig liebe geschenkt in der letzten zeit oder allgemein cavera hat sich von deinem kanal was willst du? kannst du eine rotation auf der Seite machen? du hast keine rotation von A zu B ok es ist zu late ja ja die ganze Zeit ist nicht schön haätt hab lo 1 ESS Nice Schön Oh, wunder gut Es ist Spaß in Low Elo zu spielen Wo du auch endlich mal Gunfights haben kannst Außer du spielst gegen fucking Vispo Der dich die ganze Zeit Prefait und umfickt So, Chat, für euch mache ich natürlich gleich einen One-Tap Oh, er hat mir gut gegeben Ha Oh, Junge Gib ihm Das ist noch einer Oh, einer ist die Leiter hoch Keinein Half-Life Manko Ja, da, close Intrigation Nice try Unlucky, I guess Oh, Main unten Schade Aber ein guter Fight gegen Reihenorgel auf dem Felsen auf jeden Fall Was macht ihr da? Ja, Cannon Dog Cannon ist der Balkon oben Er hat einfach gar keinen Recall Krass Lobby da Und win Mach Ich muss die Ich mach die Rache Er läuft einfach auf mich zu, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, was diese Runde los ist. In einem G, Sophia, glaube ich. Ne, ist der Q drin. Sehr schön. Noch einer outside, glaube ich. Gottchen. Bro, Digga! Dieses Spiel! Also... Nice try, Jungs. Digga, was ist das für ein hässliches Spiel? Also wenn das ein Headshot war, Bruder, dann wünschte ich, ich würde mal so gut in dem Game werden. Sehr, sehr unglückliches erstes Match an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.